Das ist schön, schön, alles, leh, das ist so schön. Fasch, wo das so? Was ist denn das? Aber was ist das, was noch ein, zwei? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Das ist ein Satz, der ein mehr Letternetz. Sie sollen dazu sagen, die Einfachheit zu lösen. Wie heißt das? Schöner, zu beschreiben? Für uns auf das. Das Alter! Das Alter ist ein psychischer Ort. Es kommt von manchjährigen Eltern und man wird dementsprechend älter, viele Sorgen helfen auch dabei, älter zu werden. Das Alter, das Körper und der Augen, die lieben, die lieben es schön, schöner als das Leben, als das Leben, das Leben ist sein Zucker, das Leben ist so, das Leben ist schön. Das Leben hat zwei Personen, die das liebliche Eltern lieben, lieblich fühlen. Und dann gibt es das, glaube ich, die Speitenheit. Ich glaube, die Speitenheit ist die Arbeit der Ärzte. Und die Kinder, die wissen es schon, was das ist. Und der Mensch ist voll der Mensch sein. Der Mensch zeigt, dass sich er mit einem warmen Herzen, und es zu unterschieden von anderen Zutaten, die wir im Nächster, der Badezutaten bleiben, im Nächster, der Badezutaten bleiben. Und dann gibt es das, glaube ich, die Menschen, die wir im Nächster, der Badezutaten bleiben. Und dann gibt es das, glaube ich, der Mensch. Und dann gibt es das, glaube ich, der Mensch. Und dann gibt es das, glaube ich, der Mensch. Der Mensch, bevor wir zu beginnen, in der Snow Guide. So schön ist das, glaube ich. So schön ist das, glaube ich. Diese Farbe ist ein Gemisch von Rot und Rosa. Und wenn Lila Lila ist, dann ist es auch wirklich Lila, weil es dann wie Lila ist. Lila sind so manche Wolken. Lila ist unsere Geldbörse und das Geld. Lila ist schon eine schöne Farbe. Lila ist nämlich die Farbe des Todes. Der Tod war. Die Zukunft. Die Zukunft ist ein Beta, also schließlich muss es die Zukunft besser sein. In der Zukunft gibt es leider kein Leben. In der Zukunft gibt es der Tod. Die Vergangenheit ist klar vorüber. Vorüber ist ein Zeug der Ewigkeit. Die Vergangenheit. Und nun ist jeder wieder hin und starten. Der Gegenwart, Gegenwart ist still allein. Immer wollen wir nur alle für dich sein. Ich bin gegangen in den Wald und kehre zurück. Die Menschen sind in Abkehr zu der Natur. Sie beherrschen das Chaos oder beherrschen es. Das können sie sehen, wie sie wollen. Aber der Atmenlicht. Die heutigen Pegelstände, der Temperatur und die Wetterlage zur Stunde. Schauer, Gurkenland, Gurke. Die Hoffnung ist die Liebe nach dem Hochschall. Die Hoffnung ist die Liebe nach dem Hochschall. Die Hoffnung ist Impulse nahe. Die Hoffnung ist lieb auf der Hand. Die Hoffnung ist schön. Schön, schön. Die Hoffnung ist schön. Die Hoffnung ist schwarz. Die Hoffnung ist immer weiß. Und was dann? Es kommt ein weiterer. Untertitelung des ZDF, 2020